Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Arkham Knight. In der letzten Folge sind wir schon im Untergrund gekommen, um endlich Ibis Pflanze zu befreien, die wir brauchen, um das Toxin aufzulösen. Und wir sind hier auf Widerstand gestoßen. Und jetzt sind wir eigentlich fast da. Jetzt muss ich halt schauen, ist hier noch einer? Scarecrow oder so? So, hier ist die Pflanze. Hier ist sie. Hier. Halten. Richtig. Danke, Ivy, fürs Mitnehmen. Sie ist frei. Und sie wird bemerkt werden. Du musst sie beschützen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Geil. Beschützt die Pflanze. Im Hof der Divinity Church wuchert das Unkraut. Rupfen Sie es raus. Ich schicke jetzt die Drunze. Es ist hier. Angriff. Erstmal um die Fetten da kümmern, hier. Danke, dafür. Drogentelemetrie offline. Schatz, holen. Easy, danke. Danke, dass sie sagt, ich setze euch schwer zu. Ich kann dir helfen, diese Panzer zu zerstören, aber bleib in der Nähe des Kirchhofs. Verstetigte Kontakt mit organischen Einheiten. All die hilft ihm noch immer. Schenken Sie den Erfohlen. All die hat auf den falschen Gesetz. Nee, sie hat doch einen richtigen Mann gesucht mit vorn. Halte den Kampf in der Nähe des Kirchhofs. Dort kann ich sie angreifen. So, what the fuck ist das? Ach so, einfach ist die zu besiegen. Ich hab da letztens einfach eine. Ja, 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 verstanden, Ivy. Ich kann dir helfen, diese Panzer zu zerstören, aber bleib in der Nähe des Kirchhofs. Bin ich doch. Ich bin fast down. Keine Sorge, dieser Baum wird auch keinen Unterschied machen. Ivy ist nicht stark genug, um Gotham zu reinigen. So stark ist niemand. So, noch drei Panzer. So, nur noch du da hinten. Der hat mich gerade anvisiert. Easy. Der hat mich gerade ausgelöscht, Sir. Wir brauchen mehr Panzer. Nein, jetzt kriegt das mit mir zu tun. Batman, hör auf! Hör auf, den Helden zu spielen, zu glauben, du könntest was retten. Irgendwas! Oh, du hast noch einen Baum gefunden. Ich hab immer noch den Cloud Burst. Willst du es beenden? Komm nach Blink Island. Dann ist es vorbei. Batman, ich habe so viel wie möglich von dem Gift beseitigt. Du musst den Cloud Burst finden. Er tötet meine Pflanzen. Ich zerstöre ihn. Halte durch. Ich muss vor allem anderen Scarecrow's Toxin beseitigen. Würde das aber die Sachen demarkieren, was ich jetzt was neu finde, oder so. Alfred, heb die Brücken an. Er wird Bleak Island nicht verlassen. Sind Sie sicher? Lass den Bad Winger einen Scan vom Cloud Burst machen. Finde eine Schwachstelle. Ich schalte die Cobra-Panzer aus. Sir, Sie legen sich mit einem Gegner an, der Ihnen waffenmäßig weit überlegen ist. Nein, ich fange ihn ein. Bro, what the fuck machen wir gerade hier? Können wir ihn umnatzen? Welcome to Chinatown. Du hast noch nicht genug. Dein Auto hast du auch repariert. Batman haut nie ab. Gib niemals auf. Lass nie seine Stadt im Stich. Bro, holy shit, wie viele Klagen, wie wenig hältst du aus? Ja, moin, alter. Du nächst Falsschritte. Und ich werde es dir beweisen. Alter. Wie muss ich denn hier angreifen, ey? So, da ist eine von vorwärts. Hier irgendwo, da. So, hier. Eine ist weg. Verbindung mit Drohle verloren, Sir. Schickt sofort Verstärkung. Es ist verboten. Batman Gotham ist erledigt. Ah, ah, ist sie nicht. Du fährst jetzt hier vorbei und lässt mich von hinten ran. Oh, wir haben ihn verloren, Sir. Nichts hier. So, what the fuck machen wir hier gerade. Wir werden seine Leiche durch die Straßenschleifen. Mach mal so. Eine verloren. Programmiere Cobra für Gegenschlag. Zieh dich um, Batman. Sieh nur, was du Gutes vollbracht hast. Kommst du jetzt durch? Danke fürs Runterkommen, mein Freund. Mach's mir einfacher. Da kommt eine da drüben. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir die an den Laum legen hier. Und ich habe nur noch einen Treffer, den ich aushalten kann. Was ist aber hier? So, wohin fahren die jetzt? Eins. Er ist weg! Beide in die Richtung. Okay, danke. Drohne verloren. Schicke eine Cobra als Unterstützung. Was glaubst du, was du da tust? Ich bringe den Job zu Ende. Das ist nicht der Plan, auf den wir uns geeinigt haben. Aber einer, der funktioniert. Scarecrow soll an seinem eigenen Toxin ersticken, Batman. Er will nicht. So. Es ist auf dem Panzer des Hakenleit angebracht. Leute sind für starke Panzer und für einen direkten Angriff. Wie funktioniert der Cloudburst? Die Energiequelle befindet sich im Innern, hat aber ein Kühlsystem, um ein Überhitzen zu verhindern. Das ist die Schwachstelle. Ein Riss würde eine Kettenreaktion auslösen und den Cloudburst zerstören. Und vielleicht auch den Panzer. Sehe ich ihn grad vor mir. Ach, der hat einen Rundum-Scan. Bro, what the hell? Ich muss angreifen und mich sofort zurückziehen. Ja, ich merk schon, ich muss sofort weg. Ich glaube, ich kann echt auch nur zwei von denen anfassen. Ein Gegner wie mich hattest du noch nie. Zieler versuchen. Leute, wie schnell ist der? Er versucht, den Cloudburst zu überhitzen. Verschwinde! Er darf nicht gewinnen! Du erhältst noch deine Chance, ihn zu töten. Ich habe mich verletzt. Ach so, überladen hier. Feigling. Ich bin kein Feigling. Ich versuche nur zu überleben, weil ich nur zwei, drei Schüsse aushalte und zwei habe ich davon schon getankt. Ich bin kein Feigling. das hängt da unten fest wie schnell ist er denn jetzt wurde ich gerufen ich muss jetzt eine pause anlegen hier wir sehen uns gleich wieder so da bin ich wieder ich habe jetzt wurde gerufen weil es abendessen gab jetzt schon mal dass wir diesen cloudbass hinkriegen also das ist es wahrscheinlich das ist das was den was jetzt diesen cloudbass kaputt macht das ist der grund warum sie verlieren werden weil sie nicht zusammenarbeiten können der dark im night ist auf seine rache fixiert gegen uns und scarecrow will uns einfach nur leiden sehen mit dem gas aber wenn wir den jetzt zerstören hier dann dann passt und wir müssen noch zwei stellen treffen richtig aber ich kann auch noch einen hit tanken ich muss hier weg nein du bist erledigt und gotham ist es auch ok ich halte stufenaufstieg da mache ich irgendwie badmobile resistenter wenn es geht funktioniert nicht ich habe alles was ich gegen das ist hoch badmobile waffen das habe ich doch gemacht das habe ich oder bin das habe ich mir doch geholt na dann ram bringt mir nix so irgendwo hier ist der cloudbass ich sehe ihn schon wo da drüben dass ich muss hier durch viermal muss ich ihn treffen und wir sind immer noch in scale cross toxin drinnen wo ich dachte hat mich doch ich bin jetzt gefahren Wrong. Okay. Und genau das ist euer Problem. Weil ihr nicht zusammenarbeitet, werdet ihr wahrscheinlich jetzt verlieren. Was passiert, wenn ich die Dinger abschieße? Trefft er die richtigen Sachen? Jetzt dreht er sich um. Du hast verloren, alter Mann. Du kannst weglaufen. Aber damit schiebst du das Unvermeidliche nur auf. Treff ich das? Ich muss irgendwie anders ran. Ich habe von hinten zum Zerstörer. Okay, what the hell. Ich brauche keine Erlaubnis, um dich zu töten. Ich habe vielleicht wie recht die Herr Schmerz aussieht. So. Komm schon. Bleib nicht stecken. Bro, er bleibt zu verstecken. Er bleibt stecken, willst du mich verarschen? Du bist erledigt. Und Gotham ist es auch. Bro, alter, what the hell. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder die Punkte verteilen. Natürlich, weil ich gestorben bin. Dann lasse ich die Punkte erst mal, weil das bringt mir nichts. Er kommt mir entgegen, richtig? Welche Richtung fährst du? So, jetzt war ich noch weg. Bro, what the fuck. Wieso hast du mich getroffen? Ich bin nicht weg, geil, danke. Ich dachte, ich bin weg. Bro, wie weit muss ich denn weg? Wir versuchen den Cloudburst zu überhitzen. Verschwinde. Er darf nicht gewinnen. Tut er nicht. Ich warte nicht länger. Wo ist denn der Cloudburst? Ich sehe nicht. Wer soll da kommen? Du weißt, wie es enden wird, dunkler Ritter. Mit dir tot. Äh, nicht mit dir tot. Weil wir sind ja Batman, wir töten nicht. So. Ich muss einfach nur weit genug weg. Schnell genug. Der spawnt direkt hinter mir, das verstehe ich nicht. Ich kann nicht abhängen. Der spawnt hinter mir. Der spawnt hinter mir. Der spawnt hinter mir. Hörst du mal auf? Der spawnt. Das ist kein Köderneid. Er gehört mir. Und Werner gehört mir. So. Dann machen wir es halt so. Dann machen wir es halt so. So, wieso hat er mich jetzt getroffen? Wieso hat er mich jetzt getroffen? Nein, wo fährst du hin? Woher weißt du, wo ich bin? Bro, hör doch auf, mich zu verfolgen mal. Ich weiß echt nicht, was ich jetzt hier falsch mache. Muss ich mich ihm jetzt tatsächlich stellen, oder was? Der Cloud Burst wird keinem weiteren Angriff widerstehen. Rückzug. Nein, bis zum mittleren Ende. Äh, welche Richtung fährt er jetzt genau hier lang? Du hättest Gotham nie retten können, Batman. Du hast seinen Niedergang nur hinausgelegt. So. Die Explosion hat die Hauptkanone ausgeschaltet. Jetzt kann ich näher ran, um den Cloud Burst in den Beschuss gehören. Er hat's nicht gewinnt. Niemand. So. Okay, du. Ah, ich verstehe schon, wie das machen wir so. Du hättest nicht gelaufen. Ja. 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 Oh, oh, oh. Ah, ich darf jetzt auf ihn einschlagen, okay? Herr Arkham Knight, haben Sie ihn besiegt? Er, er ist fort. Sie klingen nicht ganz sicher, Sir. Ivy, ich habe den Cloudburst zerstört. Filtere das restliche Toxin schnellstmöglich. Ivy. Ich fürchte, Sie sind zu spät, Sir. Die Scans zeigen, dass das Gift Ivys Pflanzen überwältigt. Ich bin unterwegs zu ihr. Oh, Alter. Ivy, mein Gift überwältigt Sie. Sie bezahlt gerade dafür, sich mir in den Weg zu stellen.